Komm! Einmischen! Mitmachen! Wir laden euch ein zum dritten Jugendempfang der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Walding. Komm! Seid dabei und genießt einfach den Tag. Oder macht mit. Wenn ihr wollt. Bringt was auf die Bühne. Zeigt was auf dem Rasen. Macht was auf dem Platz. Theater, Musik, Tanz, Spiel, Bewegung. Kreatives, Spirituelles. Snacks und Drinks. Oder was Tolles, an das wir noch gar nicht gedacht haben. Wir sehen uns! ело ckes m о